Seit dem 15. Juli stehen die neuen deutschen Sommerweine von Aldi in den Regalen. Von 2,49 Euro bis hin zu 5,99 Euro können Verbraucher sich mit den günstigen Weinen eindecken. Ob sich der Griff zu den Flaschen vom Discounter auch lohnt, testet Sommelier Stefan Gröbel im Restaurant Italfisch in München für Focus Online. Der gelernte Restaurantfachmann und Experte weiß, worauf Weinliebhaber beim Kauf achten sollten. Man muss natürlich immer, wenn es um Qualität geht, ein bisschen hinterfragen. Wenn man sich nicht auf die Angaben auf der Packung verlassen möchte, ist es immer besser, man informiert sich darüber. Was kann ein Produzent? Gibt es diesen Produzenten wirklich? Oder ist es ein Fantasiename auf dem Etikett? Unter Experten gilt die Regel, dass ein qualitativ hochwertiger Wein mindestens 5 bis 6 Euro kosten sollte. Wer Weine verköstigt, sollte außerdem einige Dinge beachten. Also als erstes sollte man natürlich darauf achten, dass die Weine anständig temperiert sind. Wir haben beim Weißwein je nach Rebsorte unterschiedliche Temperaturen, die man einhalten sollte. Beim Riesling kann man gerne etwas kühler gehen. Bei den Burgunder Rebsorten, grauer Burgunder, weiß Burgunder, Chardonnay, sollte man einen Tick wärmer sein. Es bewegt sich alles zwischen 7 und 11 Grad. Und bei den Rotweinen, man kennt ja die alte Überlieferung, Zimmertemperatur. Die Überlieferung ist aber schon sehr alt. Da gab es noch keine Zentralheizung und dickes Mauerwerk. Da war die Raumtemperatur so circa bei 16 bis 18 Grad, was auch für die meisten Rotweine eine sehr gute Verkostungstemperatur darstellt. Bei den Aldi-Weinen geht es mit einem trockenen Riesling aus der Pfalz los. Ein Weißwein, der Stefan Grübel allerdings nicht überzeugen kann. Wir haben sehr wenig Ecken und Kanten, was dem ungeschulten Verbraucher mit Sicherheit entgegenkommt. Es ist aber kein typischer Riesling. Die klassischen Kennzeichen dafür fehlen hier leider. Mit einer 5- fliegt der Wein beim Experten eindeutig durch. Auch der Riesling aus Rheinhessen kann mit einer 5- bis 4- nicht überzeugen. Besser bewertet Grübel hingegen den Riesling von R. Prüm. Mit einem Preis von 4,99 Euro ist die Flasche teurer als die beiden vorherigen. Anders als diese entspricht dieser Riesling aber auch dem angegebenen Geschmacksprofil. Es ist so, wie es auf der Flasche steht. Es ist tatsächlich fein herb. Es ist nicht zu sehr mit Restzucker überhäuft. Das halbtrocken würde dem nicht entsprechen, weil er wirklich hinten raus am Gaumen eine sehr herbe Note hat. Technisch einwandfrei, ohne Fehler und ohne Tadel würde ich den Wein bescheinigen. Der preislich höchste der neuen Aldi-Weine ist mit einem Preis von 5,99 Euro pro Flasche der Grauburgunder von Fritz Keller. Doch auch dieser Weißwein überzeugt Grübel aufgrund so ausgeprägter Bitternoten nicht wirklich. Eine 3- also für den teuersten. Der teuerste unter den Rotweinen ist mit 3,79 Euro der Trollinger aus Württemberg. Ein Wein, der laut dem Experten nicht perfekt ist, aber auch nicht komplett enttäuscht. Er ist würzig, hat noch etwas Restzucker, ein relativ angenehmer Vertreter seiner Art. Ich würde ihm eine 3 geben. Der blaue Spätburgunder aus Rheinhessen überzeugt hingegen nicht wirklich. Hier fehlen die typischen Noten eines Spätburgunders. Deswegen bewertet Grübel den Wein mit einer 4-. Der letzte Rotwein ist ein Dornfelder aus der Pfalz. Der relativ junge Wein weist technisch keine Fehler auf, ist laut Grübel aber auch noch sehr grün, was bedeutet, dass er fast noch unreif ist. Diesen Wein bewertet der Weinkenner mit einer 3-. Grundsätzlich bestätigt sich für Stefan Grübel die Regel, dass ein qualitativ hochwertiger Wein mindestens 5 bis 6 Euro kosten sollte. Die Weine, die deutlich unter diesem Minimum an Wareneinsatz für ein gutes Glas Wein liegen, haben sich nicht bewährt im Test. Die Weine, die etwas hochpreisiger sind, der Riesling von Prüm und auch die Edition Fritz Keller als grauer Burgunder, haben noch mit am besten abgeschnitten. Echte Weinkenner werden die Sommerweine von Aldi nicht wirklich überzeugen. Dennoch sollten Verbraucher auch die niedrigeren Produktionskosten in den Discountern bedenken. Wer nicht viel ausgeben möchte, für den können die aktuellen Aldi-Weine also dennoch einen Genuss darstellen. Vielen Dank.